Hi, hier ist wieder Christian und in diesem Video möchte ich euch mein Unboxing und natürlich auch ersten Eindruck zum Huawei P9 zeigen. Das Huawei P9 wurde dabei am gestrigen Tage im Rahmen eines Eventes in London vorgestellt und ist das neue Flaggschiff-Smartphone im Jahr 2016, das in Kooperation mit Leica, einem deutschen Traditionsunternehmen für Fotografie, entwickelt wurde. Dabei setzt Huawei auf der Rückseite nicht nur auf eine Kamera, sondern gleich auf zwei 12-Megapixel-Kameras, die für besonders gute Fotos sorgen sollen. Das und alle weiteren technischen Daten seht ihr in den folgenden Minuten dieses Videos. Traditionell machen wir natürlich erst einmal einen ganz kurzen Rundgang um die Verpackung und finden dabei auf der Vorderseite nicht nur die Namensgebung dieses neuen Smartphones, sondern auch den Hinweis auf die Dual-Kamera von Leica. Am rechten Rand der Verpackung finden wir dann noch Hinweise auf die Version. Hier ist es die 32 GB Version mit 3 GB Arbeitsspeicher in der Farbe Grau. Weiterhin wird es das P9 noch in der Farbe Silber geben. Der Preis liegt dabei bei 569 Euro UVP und bereits ab dem 16. April wird es im Handel erhältlich sein. Auf der Rückseite haben wir dann wenig Interessantes, sodass wir das gute Stück auch auspacken können. Nach dem Öffnen des Deckels kommt natürlich erst einmal das Smartphone an sich zum Vorschein, das wir nochmal ganz kurz zur Seite legen. Wiederum eine Etage tiefer finden wir drei Boxen, eine große mit dem Aufdruck für etwas Lesestoff und zwei kleinere Boxen mit einem Netzstecker sowie Kopfhörer und Ladekabel aufgedruckt. Da es sich hier noch um eine Presseversion handelt, finden wir keine Garantiekarte, keine Sicherheitshinweise oder einen Quickstart Guide, sondern lediglich das Eject Tool für den SIM-Karten-Slot. In der nächstgrößeren Verpackung ist der Netzstecker hinterlegt, der hier eine Ausgangsleistung von 2 Ampere bei 5 Volt hat und somit das Huawei P9 recht schnell wieder aufladen kann. In der nächsten Box finden wir dann noch das Headset, über das es möglich sein wird, Telefonate zu führen bzw. auch einen WIP-Schalter zum Regulieren der Lautstärke besitzt. Das Ladekabel hat auf der einen Seite einen herkömmlichen USB-Anschluss, auf der anderen Seite bereits den neueren USB-Typ-C-Anschluss, sodass dieser wechselseitig in das Smartphone eingesteckt werden kann. Nun aber zum eigentlichen Smartphone, dem Huawei P9. Nachdem die Hüllen gefallen sind, starten wir unseren Rundgang auf der Vorderseite dieses Devices. Das Display des P9 besitzt eine Diagonale von 5,2 Zoll, löst dabei mit Full HD auf und kommt somit auf eine Pixeldichte von 423 Pixel pro Zoll. Huawei ersetzt auch in diesem P-Modell wieder auf ein IPS-Display, das gute Weißwerte, eine gute Helligkeit und auch gute Blickwinkel bieten dürfte. Entsprechendes wird natürlich in meinem ausführlichen Test in den nächsten Tagen berücksichtigt. Zum Schluss kann noch gesagt werden, dass Huawei das Displayglas zum Gehäuserand abgerundet hat, auch 2,5D genannt, sodass es eine deutlich bessere Ergonomie bietet. Oberhalb des Displays ist die 8 Megapixel Frontkamera mit F2.4 Blende zu finden. Weiter geht's mit Annäherungs- und Helligkeitssensor sowie einer Benachrichtigungs-LED. Unterhalb des Displays finden wir da nichts, da Huawei auch hier wieder auf Onscreen-Tasten direkt auf dem Display setzt. Im Fuße des Smartphones sind der USB-Typ-C-Anschluss, der Mono-Lautsprecher, Mikrofon und die 3,5mm Klinkenbuchse für die Kopfhörer zu finden. Im Kopf des Gerätes dann noch ein weiteres Mikrofon für die aktive Geräuschunterdrückung. Auf der linken Gehäuse-Seite ist der kombinierte Slot für MicroSD und Nano-SIM zu finden, das heißt den internen Speicher von 32 GB könnt ihr hier nochmals erweitern. Eine Dual-SIM-Variante wird es auch geben, aber leider nicht für den deutschen Markt. Abschließend auf der rechten Seite noch die Lautstärkewippe und der Ein- und Ausschalter. Kommen wir jetzt aber mal zum Prunkstück des Huawei P9, nämlich der Kamera. Beide Kameras lösen hier mit 12 Megapixel auf und haben einen sechsteiligen Aufbau mit Linsen von Leica. Hinter der linken Linse sitzt ein RGB-Sensor, hinter der rechten Linse ein Monochrom-Sensor, die beide in Kombination arbeiten. Heißt, ein Sensor nimmt Bilder mit Farbe auf, der andere nur in Schwarz-Weiß. Dadurch gelingt es Huawei, dass Bilder deutlich heller werden und in Kombination auf eine Pixelgröße von 1,76 Mikrometer kommen, die somit noch überhalb des Galaxy S7 liegen. Die Blende ist mit f2.2 bemessen und damit recht lichtschwach, jedenfalls gegenüber der Konkurrenz von Samsung. Rechtzeitig der Objektive gibt es noch einen Dual-LED-Blitz mit einer warmen und kalten Diode, darunter noch den Laser-Autofokus zum schnellen Einmessen von Objekten, die relativ nah an der Kamera sind. Durch die Dual-Kamera ist es möglich, auch einen sogenannten Tiefenfokus zu nutzen, der Objekte mit einem größeren Abstand erfasst und es so ermöglicht, auch im Nachhinein Teile des Bildes scharf oder unscharf zu machen. Ähnliches kannte man hier schon vom HDC One M8. Was das Huawei P9 leider nicht kann, es sind Videos in 4K aufzuzeichnen, auch hier ist die Konkurrenz schon einen Schritt weiter. Unterhalb der Kameras ist der Fingerabdruckscanner zu finden, der im P9 nochmals verbessert wurde und schneller und akkurater arbeiten soll, als im Huawei Mate S oder Huawei Mate 8. Hinter dem Aluminium Unibody befindet sich ein 3000 mAh starker Akku, der selbst bei starker Nutzung einen Tag, bei normaler Nutzung 1,5 Tage durchhalten soll. Auch hier wird sich im Alltag zeigen müssen, wie diese Werte übereinstimmen. Mit einem Gewicht von 144 Gramm bei Abmessungen von 70,9 x 145 x 6,95 mm liegt das P9 auf einem sehr guten Niveau und ist sogar dünner als ein iPhone 6S. Bei den restlichen technischen Daten finden wir einen bärenstarken Kirin 955 Octa-Core, dessen Kerne mit 4x2,5 GHz und 4x1,8 GHz Takten, 3 GB Arbeitsspeicher, Bluetooth 4.2 NFC und schnelles WLAN AC. Software-seitig kommt Android 6.0 Marshmallow in Verbindung mit der Emotion UI 4.0 zum Einsatz, die wir in dieser Kombination schon vom Huawei Mate 8 kennen. Das P9 erscheint ein durchaus solides Smartphone zu sein, das vor allem im Kamerabereich Galaxy S7 oder iPhone 6 angreifen möchte. Auch hier werde ich euch in den nächsten Tagen einen ersten Vergleich mit dem S7 zeigen, sodass wir hier eine erste Einschätzung abgeben können. Das war es dann auch schon mit meinem Unboxing und ersten Eindruck zum Huawei P9. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr weitere Fragen zu diesem Gerät habt, dann teilt es mir doch einfach im Kommentarbereich mit. Bis dahin, macht's gut und ciao! Untertitelung des ZDF für funk, 2017